servus meine lieben freunde und herzlich willkommen bei pokémon jm leute es ist sonntag wie geht's euch ich habe mich gerade eben mit dem kopf irgendwie irgendwas ist heute anders ich glaube ich habe es heute ein bisschen niedriger meine sucht box weil ich gerade mit dem kopf voll dagegen bin also voll in anführungszeichen wie geht's euch ich hoffe ihr habt alle einen schönen sonntag wir haben draußen unglaublich schönes wetter ihr seht es so teilweise denke ich mal selbst im waldwinkel irgendwie dieses wochenende ist gigantisch deswegen hoffe ich dass ihr auch ordentlich was unternehmt heute oder gestern schon gemacht ist das ganze wochenende schon so das wetter aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt kurz mal was auf denn wir haben heute die tolle melmetal gx kollektion die neu rausgekommen ist am freitag ist am freitag erst rausgekommen wir haben natürlich die boxen wieder von unseren tollen freunden von wrd trading bekommen also vielen vielen dank geht hier wieder raus an wie er die trading für die neuen melmetal gx boxen und vergesst nicht leute es läuft immer noch der rabattcode für wrd bis zum 28 zweiten gekriegt er wenn er dem code pokémon jm eingibt bei wrd fünf prozent auf das gesamte waren sortient unter anderem auch für diese tollen melmetal gx boxen so jetzt würde ich aber sagen da war man nicht mehr lange rum fackeln wir nicht mehr lange rum und gucken uns mal dieses komische pokémon an das jetzt endlich auch mal eine tcg karte bekommen hat ich schmeiße davon wieder nach hinten weg wer mir vier booster drin einmal sturm am firmament zweimal teams sind teams sind trumpf und zweimal stunde der wächter dann haben wir hier um die sehen gut aus die promos das melmetal gx sehr sehr schön der karte fehlt gar nichts keine schäden also kann man daher mal wieder props an die pokémon company dass es hier mal wieder geschafft haben die karten gut in die box rein zu bekommen auch das melthan holo sieht im übrigen aus der so witzig aus sie sehr sehr toll aus und auch das ohne schäden plastik nach hinten weg und dann haben wir vier booster teams sind trumpf und daher ist der code den code packen wir zur seite für sonne und mondstunde wächter teams sind trumpf zweimal teams sind trumpf und einmal sturm am firmament und aber noch die riesen karte natürlich zu melmetal gx schutzschicht diesen pokémon werden durch attacken 30 schadenspunkte weniger zugefügt nachdem schwäche und resistenz verrechnet wurden und metall explosion dieser attacke fügt 20 schadenspunkte mehr mal der anzahl der an dieses pokémon angelegten stahl energien zu okay okay also mit vier stahl energien würde das ganze dann hier machen sage und schreibe 80 190 schaden okay das kann man mal so lassen würde ich mal sagen ich lege die xxl karte trotzdem mal zur seite weil es einfach zu viel space annimmt dann haben wir das ganze noch mal bei einmal öffnen ja doch ein bisschen das risiko zu hoch wäre damit man dass man keine puls mehr drin hat öffnen wir einfach mal zwei und hoffen dass wir aus zwei immer wieder das meldmetall gx das war aus zwei boxen die eine höhere chance haben was tolles zu ziehen und das meldhahn holen noch mal und wieder vier booster teams sind trumpf stürmer im firmament und sonne und mondstunde der wächter und code legen wir wieder zur seite die xxl karte legen wir auch zur seite das plastik nach hinten weg so das ist box 1 box 2 und das ist hier ist box 1 und dann würde ich mal sagen fangen wir chronologisch an wir öffnen mit box 1 bei box 1 das erste mal das stunde der wächter booster den code packen wir weg vier nach vorne und dann geht es auch schon los wir starten mit einer blitz energie karte ein ultrigaria ein datignis ein viskagot ein pipi ein schmerbe ein kann die banha ein datiri ein lichtl dann haben wir ein alola sandan reverse holo und die rea ist ein dresdell an und holo rare ersten booste schon mal nichts im übrigen leute das frage und antwort video also dass das der frage antwort video glaube ich oder irgendwie wie nennt man diese wie diese videos wieder ich weiß ich glaube schon das frage in frage antwort video ich habe euch ja letzte woche gab ich mal über community tab geschrieben ihr solltet euch fragen überlegen was euch was ihr von mir wissen wollt oder über mich oder über den kanal wissen wollt und ich mache ein video drüber also ich mache mal so ein frage antwort video ist in der mache ich bin schon dabei es sollte normalerweise im laufe der nächsten woche kommen also ich denke mal vielleicht zum mittwoch oder so war donnerstag kommt ja wieder pay the box ich glaube wir haben hier was unix ein reverse holo apricoco hersteller und die real ist ein uhr die real ist ein alola radikal gx habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen die karte cool erster gx wird aus dem zweiten booster das ist doch schon mal ganz ordentlich zwei booster haben wir noch von teams sind trumpf sehr sehr geiles set leute wirklich absolut geil ist auch schon eine zeit her wo ich das letzte mal was geöffnet hat muss ich sagen ich habe ja zum zum release von teams sind trumpf haben wir ordentlich geöffnet und seitdem habe ich so eine kleine pause ich habe die ganzen videos an einem tag alle durchgerippt so und dann haben wir nidorino au 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 wir haben hier wieder ups ich habe uns gespoilert wir haben hier wieder was ein noxchan ein carpador ein pfiffchen dann haben wir ein alola kleinstein ein bronzel ein dratini ein rosanna reverse holo die rare ist ein oh nice die rare ist ein pikachu und sacrum gx uhlala nicey badaisy awesome karte ist eine awesome karte oh das ist was das ist eine gute meldmetall box ohne scheiß zwei gx hits aus einer box wenn jetzt die zweite box auch noch so gut ist du puh dann ist das schon super ne dann kann man sich ja schon gar nicht mehr beschweren so wir fangen an mit einer unlicht energie karte ich lege das mal hier oben hin sonst so dann haben wir ein tauros ein alola nobeli card eine metallschutz brille voltobal ein horn liu ein skalük ein dratini ein surua ein reverse holo dragonier und die rare ist ein pantimos non holo rare also hier dann leider nichts können wir hier drauf packen so dann machen wir die zweite box auf fangen wir wieder an mit stunde der wächter code legen wir zur seite vier nach vorne und wir starten mit einer kampf energie da man draschel eine notgürtel choreogel warte mal das ist nicht stunde der wächter wir fangen mit sturm am firmament an sehe ich gerade ich habe die puste irgendwie nicht waren nicht sortiert knofenzer ein walmer ein tanhell ein prisma latios wow das habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen und die rare ist ein holo kyogre auch eine der karten bei der man wenig auffällt dass es wirklich eine holo ist aber ein super schönes artwerk hat also gefällt mir richtig richtig gut ein prisma hit ist doch auch schon mal was das kann man eigentlich auch schon fast werten so legen wir mal hier hin dann machen wir als nächstes weiter mit sonne und mond stunde der wächter code legen wir hier unten hin und wir starten mit eine feen energie karte ein mediras eine energie lotterie maschok wuffels ein viscora ein fleckmann ein pampoli ein botogel ein reverse holo gast heller und die rare ist ein metheno holo die habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen auch schicke karte eigentlich aber so kein gx also der holo effekt das sieht ja schon irgendwie witzig aus wie es hier den hausbruch mehr oder weniger macht diese schale abwirft sehr sehr cool so jetzt haben wir noch zwei teams sind wo es da friends hier können wir noch mal jetzt ordentlich punkten irgendwas geiles ziehen was will ich denn noch ich brauch die jasmine immer noch unbedingt die jasmine folat die sabrina folat wird mir noch fehlen martin habe ich auf japanisch die bräuchte ich jetzt nicht unbedingt aber die charlene glaube ich die fehlt mir auch immer oder habe ich die charlene nicht gezogen also ich habe die doch die charlene habe ich und die wie hieß diese orangene nochmal ich brauche noch aber wir haben amoroso holo auch sehr sehr gut wie hieß denn die 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 blauhaarige brauche ich auf jeden fall noch als full art eigentlich nur noch die blauhaarige weil die die grüne also die martin ja würde ich auch nehmen weil in deutsch also auch nicht verkehrt dann könnte ich die japanische weglegen ein purenta so let's pack magic ach so ah genau die fehlt mir noch die gute sua fehlt mir noch ähm dann haben wir die jasmine und die sabrina die fehlt mir auch immer noch der rocco glaube ich auch wollte ball ein klavion eine jasmine reverse holo und die rare ist ein oh die rare ist ein wolverock gx ja nice also man muss schon sagen die box an sich die zwei boxen an sich fielen eigentlich ganz okay aus wir können mal den bulk zur seite packen hier also die die non gx karten und so und dann können wir uns nochmal angucken was wir gezogen haben latios prisma drei gx karten plus ein tag team gx also oder inklusive tag team gx pikachu sacrum gx haben wir gezogen das ist sehr sehr nice oder aber natürlich noch die zwei mel metal gx karten ähm ja ich meine das ist okay aus zwei boxen kann man sich da definitiv nicht beschweren ne ansonsten euch hat es gefallen wenn es euch gefallen hat daumen nach oben vergesst nicht den kanal zu abonnieren wenn ihr noch nicht abonniert habt das frage antwort video wie gesagt kommt die woche noch plus das pay the box video von dennis mich freut es mich und dennis freut es unglaublich dass euch das format so gut gefällt und ein paar folgen haben wir noch im petto also ich glaube neun haben wir insgesamt gedreht das heißt drei kommen noch drei oder und nicht schmarrn vier hat fünf fünf kommen noch freunde also die nächsten fünf wochen gibt es noch pay the box ansonsten wünsche ich euch einen schönen restlichen sonntag und wir sehen uns dann wahrscheinlich wieder am mittwoch zum frage und antwort video also macht's gut bis dann ciao ciao bis dann